Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Creek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Gestern war ich mal wieder Zeuge eines Bullet Matches zwischen dem Weltmeister Magnus Carlsen und Alireza Firuzia, dem iranischen Wunderknaben, 17 Jahre alt. Die beiden spielen super gerne Bullet hin und wieder auf Leeches. Direkt nach meinem Stream zugeschaut. Magnus Carlsen mit dem Nickname Dr. Nykterstein, Alireza mit Alireza 2003. Ganz kreativ mit seinem Geburtsnamen und dem Vornamen. Ja, wie ging es aus? Das erfahrt ihr am Ende des Videos. Ich zeige euch die allerletzte Partie dieses Matches. Insgesamt waren es, lasst mich kurz schauen, 31 Partien, 31 Bullet Partien, die gespielt haben. Magnus Carlsen, hier mit Weiß, beginnt mit E4. C5, sizilianische Verteidigung. Springer C3. Das ist nicht der Hauptzug. Die Experten unter euch wissen, Springer F3 ist hier der Hauptzug, aber Springer C3 kann man natürlich auch spielen. Entwicklungszug. Geschlossener Sizilianer. Und mal schauen, was jetzt für eine Variante aufs Brett kommt. D6, F4, G6, Springer F3, Läufer G7, Läufer C4. Der sogenannte Grand Prix-Angriff. Sehr beliebt auf Amateur-Niveau. Es ist auch kreuzgefährlich. Die Idee ist, also der Läufer steht natürlich prächtig auf dieser Diagonale. Beide Springer sind entwickelt. Und die Idee ist, kurze Hochrade, D3, dann F5 irgendwann und dann Attacke. Ganz schnelle Attacke. Wir werden sehen, wie das hier weitergeht. Springer C6 entwickelt eine Figur. Hier spielt man normalerweise kurze Hochrade. Ist ein logischer Zug, aber Carlsen spielt hier A3. A3 prinzipiell ein vernünftiger Zug. Er schafft ein Rückzugsfeld für diesen starken Läufer, den wir natürlich niemals tauschen wollen. Zum Beispiel gegen diesen Springer, falls der Springer den Läufer angreift. A3 ist nicht ungewöhnlich in solchen Stellungen. Es ging weiter mit E6. Ups, Entschuldigung. A3, E6, kurze Hochrade, Springer G7. Das ist logisch, wie sich Schwarz entwickelt. Er versucht hier den Läufer einzuschränken auf dieser Diagonale und plant, eventuell mal D5 zu spielen. Mit Angriff auf den Läufer und den Bauern. D3, kurze Hochrade, Läufer A2. Carlsen zieht prophylaktisch diesen Läufer zurück nach A2, parkt ihn dort und dieser Läufer schaut natürlich wunderbar auf dieser Diagonale zum gegnerischen König. Hier denke ich, sollte Schwarz versuchen, Figuren abzutauschen mit Springer D4. Das wäre ein guter Zug mit der Idee, den Springer hier zu tauschen gegen Inia und dann eventuell mit dem nächsten Springer nach D4 oder D5. Stattdessen spielt der Ferruccia Turm B8. Wie gesagt, das sind Bullet-Partien, also eine Minute pro Spieler pro Partie für die ganze Partie. Also ganz, ganz schnell. Deswegen, hier legen wir natürlich die Züge nicht auf die Goldwaage. Es ist normal, dass die Spieler hier, auch wenn es die stärksten Spieler der Welt sind. Fehler machen. Völlig normal. Weiß setzt fort hier mit Dame E1. Dame E1 ist ein typischer Zug in solchen Strukturen. Die Dame möchte nach H4 auf dieses Feld, um auf den schwarzen Königsflügel zu schauen, in Kombination zum Beispiel mit F5 und dann Läufer G5 oder Läufer H6 hier angreifen. Das ist ein klassischer Klassiker hier, dieser Plan. Den solltet ihr kennen. Und wie gesagt, dieser Grand Prix-Angriff hier erfolgt in Rheinkultur. Und merkt euch dieses Schema. Es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Hier hätte, denke ich, schwarze D5 spielen können, im Zentrum angreifen, den zweiten Bauern hinstellen und das Zentrum attackieren. Nach F5 haben wir dann eine wirklich maximale Spannung hier im Zentrum, auf dieser Diagonale hier. Der Läufer würde nur allzu gerne die Diagonale öffnen, um hier Schwung zu entfalten. Stattdessen spielte Ferruz hier allerdings, stattdessen allerdings, B5. B5. Naja, deswegen hat der Turm B8 gespielt. Er will B5 spielen. B4, den Springer angreifen. Hier ist auch ein klassischer Plan hier für Schwarz, um am Darmflügel aktiv zu werden. Carlsen geht direkt zur Sache hier, spielt F5, greift den Punkt E6 an und ganz wichtig, er macht die Diagonale frei für den Läufer. Im Bullet sowieso nicht, aber auch generell in solchen Stellungen. Ein Bauernopfer ist völlig egal. Einfach Bauernopfern, Linien, Diagonalen öffnen, Figuren aktivieren. Im Bullets spielen Bauern keine besonders große Rolle natürlich. E-schlecht, der F5. Schwarz nimmt den Bauern, das ist auch richtig. Das ist ein Bauerngewinn. Weiß sollte natürlich nicht zurückschlagen auf F5, weil dann kommt der Springer hier super hin. Dann würde der Springer hier hinkommen und das Feld decken und dann könnte die Dame nicht mehr nach A4. Deswegen ganz wichtig, die Dame nach H4 spielen. Dame H4, hier steht die Dame aktiv, guckt in die Richtung. Und jetzt entstehen Ideen wie Läufer H6, Läufer G5, Springer G5. Viele Angriffsideen. Und jetzt kommt schon der entscheidende Fehler in dieser Partie. Springer E5. Kommen wir gleich zu. Besser wäre gewesen hier, ich mache mal die ganzen Markierungen weg. Besser wäre gewesen sowas wie H5, um die Sicht der Dame nach H7 zu blockieren. Das wäre gut gewesen. Noch besser wäre sogar C4 gewesen, aber das ist schwierig zu sehen. Vor allen Dingen in einer Bullet-Partie. D schlicht C4, B schlicht C4, Läufer schlicht C4. Und dann H5. Hier hätte Schwarz einen Bauern zurückgegeben, hätte die B-Linie geöffnet für den Turm und hätte für sich viele Linien und Diagonalen geöffnet, um die Figuren zu aktivieren. Gehen wir zu Dame H4. Schwarz spielte Springer E5. So, und jetzt seid ihr gefragt, liebe Freunde, ihr solltet jetzt hier... Na, ich möchte von euch wissen, was spielt ihr jetzt als nächstes? Ich gebe euch hier Multiple-Choice drei Züge zur Auswahl. A, Springer schlicht E5. B, was habe ich da? Springer G5. Oder C, Läufer G5. Ein dieser drei Züge. Ich kann euch verraten, einer davon ist klar der Beste. Einer ist schlecht und einer ist auch ganz gut und führt zu einer besseren Stellung für Weiß. Ihr könnt gerne das Video pausieren, weil jetzt mache ich weiter. Fangen wir mal mit Springer G5 an. Springer G5 ist nicht gut. Das droht zwar matt auf H7, aber es folgt H6 einfach. Das entfernt den Springer. Der muss zurück. Naja, was sonst, ne? Der F7 ist gedeckt. Da können wir nicht schlagen. Springer F7 zurück und dann F3. Springer schlicht F3, Turm schlicht F3 und jetzt Springer C6 ganz stark. Greift die weiße Dame an und dann kommt der Springer nach D4 oder E5 mit Tempo, weil Angriff auf den Turm und hier steht weiß einfach schlecht. Also Springer G5 einfach nur Zeitverlust gewesen. Ein vernünftiger Zug ist Springer schlicht E5, D schlicht E5 und dann genau wie in der Partie Läufer G5. Das wäre gut gewesen, aber ohne das Tauschen auf E5 ist Läufer G5, was Dr. Nüchterstein spielte, noch stärker. Läufer G5 ist hier der Gewinnzug und wir sehen halt kreuzgefährlich dieser Grand Prix-Angriff. Weiß steht hier schon auf Gewinn. Mit einem simplen Schema, mit einem simplen Angriff. Bam, bam. Es ist Feierabend. So, der Springer ist angegriffen, er ist gefesselt. So, Vorsicht, nicht den Läufer hier vergessen auf A2. Der fesselt hier diesen Bauern. Schwarz kann jetzt und in der Folge nicht F6 spielen. Hört ihr es? Es geht nicht. Das Programm sagt, es geht nicht. Turm B7 deckt den Springer. Springer D5. Weiß erhöht den Druck gegen den Springer hier. Ja, F6 geht immer noch nicht. Wegen Springer schlägt F6 Schach. Vergesst nicht den Läufer hier. Schach, König A8 und Dame schlägt der Sieben Schachmatt. Also nach Springer D5 muss Schwarz den Springer nochmal decken mit Turm E8. Weiß könnte jetzt hier eine Qualität gewinnen, aber haben wir nicht nötig, weil der Läufer fesselt den Springer. Das ist viel, viel unangenehmer für Schwarz. Er hätte sich gefreut, wenn Weiß jetzt gierig die Qualität genommen hätte. Nein, nein. Karlsson spielte eh schlicht F5. Läufer schlicht F5. Und Turm AE1. Bringt den Turm auch noch ins Spiel? Ich meine, das ist eine Bullet-Partie. Da werden die Varianten auch nicht besonders weit gerechnet, logischerweise. Ja. Weiß steht auf Gewinn. Es ging weiter mit H6. Möchte den Läufer ablenken. Ähm, natürlich wäre es nicht besonders gut, hier den Bauern zu nehmen wegen Springer schlicht D5. Und dann müsste Weiß eventuell sogar die Damen tauschen. Ähm, Karlsson findet aber wirklich den besten Zug hier. Und das ist Springer F6. Das ist wirklich der beste Zug. Schach. Ähm, der Schwarze König ging nach F8. Wenn er nicht nach F8 geht, ja was soll er machen? Läufer schlicht F6, Läufer schlicht F6. Sieht fürchterlich aus, weil die schwarzen Felder sind hier, äh, super geschwächt. Und Schwarz kann sich hier nicht mehr verteidigen. Zum Beispiel König H7, Springer G5 Schach. König G8, Dame schlicht H6. Gefolgt von Matt. Oder H5. Und hier ganz stark Springer schlicht D5, D schlicht D5, Dame G5. Mit der Idee Dame H6. Und hier Matt. König A7 und jetzt ganz stark Turm schlicht F5. Der Springer darf nicht nehmen, weil er ist gefesselt. G schlicht F5 führt aber zu Matt. Dame schlicht H5, König G8, Dame H8, Matt. Das passiert, wenn man seinen Schutzläufer verliert hier. In so einer Situation. Der Läufer ist halt extrem wichtig für den Verteidiger, um die schwarzen Felder zu verteidigen. Deswegen spielte Philus hier König F8. Jetzt kommt aber Läufer schlicht H6. Gut, die Stellung ist eh verloren. Und für Lucia spielte jetzt hier Springer G8. Und jetzt dürft ihr einmal wie Magnus Carlsen Matt setzen. Wie setzt hier, wie setzte Dr. Nygder Stein bzw. Magnus Carlsen hier Schach Matt? Springer H7. Matt. Schach natürlich. Und Matt. Wir greifen den König an. Schönes Matt. Die Dame hier kontrolliert das Fluchtfeld. Und der Springer kann nicht geschlagen werden. Ja, 19 Züge. Das passiert natürlich nur im Bullet. Magnus Carlsen gegen Philusia. 1-0. Und wie ist das Match ausgegangen? Ich gucke nochmal nach. 23,5 zu 7,5 für den Weltmeister Magnus Carlsen. Also eine ziemliche Klatsche für Ali Reza. Und nach diesen 31 Partien hatte Magnus Carlsen aber noch bei Weitem nicht genug. Er spielte danach noch gegen Andrew Tang. Das ist C9, 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 C9 auf Leechers. Auch ein extrem starker Bullet-Spieler. Und Andrew Tang hielt viel besser mit. Und sie spielten 88 Bullet-Partien. Wie ist das ausgegangen? Lass mich kurz nachschauen. 54,5 zu 33,5. Das ergibt 88 Partien. Also Andrew Tang hat ein bisschen besser mitgehalten. Aber Magnus Carlsen ist wohl der beste Bullet-Spieler der Welt. Auch auf Leechers die Nummer 1. Krasser Typ. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Grand Prix-Attack. Sizilianisch. Merken. Schöner Angriff. Auf Amateur-Niveau. Sehr beliebt und kreuzgefährlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, schleunigst nachholen. Bis zum nächsten Mal.